Was macht eigentlich ein Personalreferent? Als Personalreferent spielst du eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass das Team harmonisch zusammenarbeitet. Du bist der Experte, wenn es um personalbezogene Angelegenheiten geht und trägst dazu bei, dass die Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können. Deine Aufgaben sind vielfältig und anspruchsvoll. 1. Die Personalbeschaffung und Auswahl. Du suchst nach den besten Talenten, führst Bewerbungsgespräche und hilfst bei der Auswahl neuer Teammitglieder. 2. Die Verwaltung von Mitarbeiterdaten und Dokumenten. Hierbei behältst du den Überblick über wichtige Informationen wie Arbeitsverträge, Zeugnisse und Schulungen. 3. Die Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen. Du unterstützt Mitarbeiter bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung, planst Schulungen und sorgst dafür, dass sie die notwendigen Fähigkeiten entwickeln, um erfolgreich zu sein. 4. Die Unterstützung bei der Gehaltsabrechnung und Verwaltung. Du kümmerst dich um die korrekte Abrechnung der Gehälter und sicherst, dass alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. 5. Du bist der Ansprechpartner für Mitarbeiter bei HR-Fragen. Egal ob es um Urlaubstage, Krankheitszeiten oder andere Anliegen geht, du stehst den Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite. Als Personalreferent zeichnet dich eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus. Du kannst gut zuhören und einfühlsam auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Darüber hinaus verfügst du über ein tiefes Verständnis für personalbezogene Themen und kennst dich mit den aktuellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen aus. Bist du bereit für diese spannende Rolle? Wenn du bereits ein HR-Talent bist oder werden möchtest, dann zögere nicht uns anzusprechen. Schaue auch auf unsere Webseite unter www.experts-talents.de unter dem Bereich Jobfeld. www.experts-talent.de